Hallöchen und herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Podcast Endlich leicht! Gesundheit und Ernährung leicht gemacht. Ich bin Fabienne, Wissenschaftsjournalistin mit Schwerpunkt Gesundheit und Ernährung hier bei IntoMind und dein Host hier in diesem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute wieder reinhörst in unsere neue Folge, denn diese Folge wird sehr, ich sag mal, emotional, denn es geht um die Themen emotionales Essen, Essenstrang und auch, was das Ganze mit dem Körperbild zu tun hat. Ich spreche mit einer Psychologin, die uns ganz, ganz wertvolle Einblicke gibt, die uns einfach, ja, hilft, das Ganze zu verstehen, wie es dazu kommen kann, emotional zu essen, dass man emotionales Essen vielleicht auch eher mal neutral betrachten sollte, wie Essenstrang entsteht, ja, und auch Tipps, wie man es schaffen kann, da vielleicht so Stück für Stück rauszukommen. Und wir reden auch über Körperbild, die Leistungsgesellschaft, ja, Frauenbild. Es ist einfach eine Folge, die ist vollgepackt mit ganz, ganz viel Mehrwert und Inspiration. Und ich würde sagen, lass uns nicht länger warten, sondern wenn sich das alles gut für dich anhört, dann lass uns direkt mal starten. Ja, heute haben wir eine ganz spannende Folge mitgebracht. Es geht um ein Thema, ich glaube, in diesen Momenten haben wir uns alle schon das ein oder andere Mal wiedergefunden. Und zwar, wenn wir aus emotionalen Gründen essen. Und über dieses Thema spreche ich heute mit der wunderbaren Cornelia Fichtel. Sie ist Psychologin mit dem Spezialgebiet Essverhalten und Körpergefühl. Und sie hat bereits über hunderte Menschen dabei geholfen, die ja den Kampf gegen diese ständigen kreisenden Essensgedanken und Essanfälle zu gewinnen und endlich so eine positive Beziehung zum Essverhalten, aber eben auch zum eigenen Körper wiederherzustellen. Richtig schön. Ich freue mich total über diese Folge und ich freue mich noch mehr, liebe Cornelia, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns in diesem Podcast zu sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Ankündigung. Ich muss jetzt richtig zum Schmunzeln beginnen, weil es einfach so seltsam ist, so angekündigt zu werden und alles zu hören. Also wirklich, wirklich spannend. Danke dafür. Ja, voll gerne. Du hast es verdient. Was soll ich sagen? Ja, Cornelia, willst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Wer bist du und wie kamst du dazu, dich in diesen Bereichen zu spezialisieren? Ich bin Psychologin, also klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin in Österreich. Das heißt, ich habe Psychologie studiert und die Themen Psychologie und Ernährung haben mich in meiner ganzen Ausbildungszeit begleitet, weil ich das auch immer als Unterrichtsfach hatte, sage ich mal. Und dann am Ende musste ich mich entscheiden, in welche Richtung gehe ich? Wird es die Psychologie? Wird es die Ernährung? Und ja, ich habe mich dann für die Psychologie entschieden. Und habe dann in vielen Projekten gearbeitet. Ich habe in einer Klinik gearbeitet. Ich habe aber auch in so Lebensstilmodifikationsprogrammen gearbeitet, wo wir Menschen begleitet haben, ihren Lebensstil zu verändern. Und das waren so diese klassischen Ansätze mit Ernährungspyramide. Und wenn du Lust auf, ich traue mich das jetzt gar nicht mehr sagen, aber wenn du Lust auf Süßigkeiten hast, dann hol dir eine Karotte und kauf einfach die Süßigkeiten nicht mehr ein. Und ja, so. Und ich habe dann mir gedacht, ich finde das ganz schwierig, weil ich ja auch bei mir bemerkt habe, ich meine, das funktioniert nicht. Also wenn ich Schokolade essen will, dann will ich Schokolade essen und nicht jetzt einen Apfel, weil ich esse einen Apfel und dann esse ich eine Karotte und noch einen Apfel und am Ende esse ich sowieso die Schokolade. Und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Und es war aber immer dasselbe, so mehr oder weniger. Egal, mit wem ich gesprochen habe, in meiner Ausbildung und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich muss mich auf die Suche machen. Ich kann doch nicht, also ich kann doch nicht fünf Jahre oder sieben Jahre Ausbildung machen, fünf Jahre studieren, dann die ganzen Zusatzausbildungen machen, damit ich dann die Antwort höre, er kauft ihr das einfach nicht. Ja, ich habe mir gedacht, what the heck, das kann nicht sein. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Antworten und die habe ich gefunden. Und so bin ich in dieses Thema reingeschlittert. Ja, lange Antwort jetzt, aber so ist es passiert. Und ich liebe das, was ich mache, weil ich merke, es berührt Menschen. Es setzt da an, wo es gebraucht wird. Und deshalb reden wir heute, nehme ich an. Deshalb reden wir heute. Deshalb will ich dich heute ausquetschen. Ja, mach das. Sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal direkt da einsteigen, wo du gerade so schön für mich einen Ankerpunkt gesetzt hast. Wenn ich Lust auf Schokolade habe, wieso funktioniert es dann nicht, dass ich einen Apfel esse und dann halt noch eine Karotte und vielleicht dann halt noch einen Apfel? Wieso ist das keine Lösung? Weil, ich meine, es gibt jetzt verschiedene Antworten wahrscheinlich darauf, weil es immer darauf ankommt, und das ist so die wichtigste Information eventuell, es kommt immer darauf an, warum habe ich da jetzt eine Lust drauf. Aber mainly, wenn ich jetzt Bock auf Schokolade habe, dann habe ich im Kopf die Schokolade verknüpft mit verschiedenen anderen Aspekten. Ich habe damit verknüpft den Geschmack, ich habe den Genuss damit verknüpft, ich habe den Effekt der Schokolade damit verknüpft. Also diese, zum Beispiel die Entspannung oder dieses Runterkommen oder ach, was Gutes für mich tun. Ja, und das, eigentlich ist das, das, was ich brauche. Weil wir verknüpfen den Geschmack mit genau diesen ganzen Aspekten. Und dann will ich ja eigentlich vielleicht nicht nur die Schokolade per se, ja, und den Geschmack, sondern ich will den Effekt. Ich kaufe den Effekt mit quasi. Und wenn ich jetzt einen Apfel esse, der ist vielleicht süß, aber wir haben diesen Entspannungseffekt nicht damit gekoppelt. Den esse ich nicht mit. Ja, und dann esse ich den Apfel, ich habe zwar diesen süßen Geschmack, aber dann denke ich mir, da fehlt jetzt was, ja, das war es jetzt nicht. Und dann bleibt dieses Bedürfnis nach Entspannung, nach Runterkommen zum Beispiel, einfach bestehen. So lang, bis ich halt etwas esse, was genau das dann bedient. Das ist so einer der Hauptgründe, der da mitspielt, sage ich mal. Ja, das ist total nachvollziehbar. Also ich habe mich da direkt wiedererkannt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, auch ganz viele unserer Hörerinnen haben sich da jetzt gerade wiedergefunden. Und wenn wir jetzt einfach mal direkt reinsteigen in das Thema Emotionen hinter dem Essen. Also ich habe es ja bei der Einleitung auch schon gesagt, es soll heute auch um das Thema emotionales Essen gehen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was ist das denn? Grundsätzlich, weißt du, es kommen Leute zu mir, vor allem wenn ich mit denen arbeite, die kommen dann und setzen sich hin und sagen, Cornelia, ich esse gerne und das ist mein Problem. Und ich denke mir so, nein, das ist genau das, was du brauchst. Bitte sei nicht streng zu dir oder verurteile dich nicht dafür, dass du Essen magst und Essen genießt. Und genau damit gibt es so ein paar Probleme oder Gedankenfehler, wenn es um Emotionen geht. Weil wir brauchen Emotionen, um zu essen. Wenn Essen für uns nichts Tolles ist, keinen Genuss liefert, dann essen wir Menschen nicht. Und man nennt das tatsächlich Anorexie. Das heißt, die Leute, also nicht zu verwechseln mit Anorexia nervosa, mit Magersucht, sondern es ist wirklich so eine komplette Lustlosigkeit. Und dann stochert man im Essen rum und man wirkt sich einfach Essen rein, weil man muss zum Überleben. Und das wollen wir ja nicht, oder? Also das ist ja nichts Tolles. Das heißt, wir brauchen angenehme Emotionen, sowas wie Genuss, wie Freude, brauchen wir, damit wir überhaupt essen. Und das ist gut und das ist wichtig. Und wenn du das hast, dann sei stolz drauf und freu dich drüber, weil damit kann sich auch erst Sättigung einstellen zum Beispiel, wenn wir das genießen, wenn wir es toll finden. Und das, was du jetzt wahrscheinlich angesprochen hast oder damit auch meinst, ist, wenn wir Essen benutzen, um uns zu trösten, um uns besser zu fühlen, um uns zu entspannen. Das ist diese Komponente, wo wir sagen, ja, wenn das jetzt ein-, zweimal vorkommt, weißt du, dann kein Problem. Aber wenn jetzt Essen ständig meine Strategie ist, um mich zu beruhigen, weil ich jetzt mit meinem Partner, meiner Partnerin gestritten habe oder im Jobs nicht so gut läuft und ich mich mit Essen eben beruhige, dann ist das vielleicht langfristig keine gescheite Strategie. Und das ist das, was wir halt nicht wollen. Sorry. Ja, ich glaube, das ist richtig wichtig, was du gerade gesagt hast, weil ich denke, dass man doch grundsätzlich die Bezeichnung emotionales Essen neutral betrachten darf. Weil es ist ja per se, wie du gerade gesagt hast, nichts Schlimmes. Man muss nur schauen, okay, wird es jetzt als Strategie genutzt, um andere Bedürfnisse zu überlagern? Wie schafft man es da durchzublicken und quasi so zu erkennen, oh Moment, vielleicht benutze ich Essen für etwas, was ich mir eigentlich an der Weite geben sollte? Tricky Frage, die du da stellst, weil wenn wir Essen verwenden, um uns zu beruhigen, um uns besser zu fühlen, dann hat das ja oft den Grund, dass wir uns mit unseren Emotionen ja nicht beschäftigen. Das heißt, wir merken nur, irgendwas passt da nicht, ich fühle mich irgendwie nicht gut oder ich fühle mich angespannt. Aber dieses Warum und was hat dazu geführt und was beschäftigt mich, mit dem beschäftigen wir uns nicht so. Und deshalb fehlt oft dieses Bewusstsein für die Emotionen, aber auch für die Bedürfnisse. Und da liegt jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, aber kein Problem, sie ist managebar. Aber die Herausforderung ist, da hinzuschauen und nicht zu sagen, ach, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand, ich will mich da gar nicht beschäftigen, sondern die Lösung wäre eher mal hinzuschauen und zu sagen, okay, wie geht es mir jetzt gerade? Was merke ich jetzt gerade? Und da merke ich vielleicht, boah, da ist so eine Schwere da. Ja, dann kann ich mich fragen, was ist denn das gerade für eine Schwere? Und dann komme ich darauf, ja, okay, das Treffen mit dieser Freundin da belastet mich gerade. Okay, dann kann ich mich wieder fragen, warum belastet mich das gerade? Ja, weil sie hat mich irgendwie, hat mich da so eine Aussage verletzt. Und wenn ich da so lerne, diesen Dingen nachzugehen und mir diese Fragen zu stellen, dann lerne ich besser zu spüren, was beschäftigt mich, welche Emotionen sind da, ja, was brauche ich? Und das braucht es aber tatsächlich, dass wir lernen, uns da mit den Emotionen und Bedürfnissen zu beschäftigen. Du hast jetzt gerade ja schon gesagt, wenn man zu so einer Strategie greift, dann ist es ja wahrscheinlich eher so, dass man die Emotionen schön wegdrücken will. Man möchte sie nicht wahrhaben oder man hat auch vielleicht schon so eine Schutzstrategie aufgebaut, dass man es gar nicht merkt, dass da eine Emotion ist oder dahinter steckt. Ich kann mir vorstellen, wenn man das über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit so handhabt, dass man diese Emotionen gar nicht wahrnimmt, runterdrückt, dass es auch, ich sage jetzt mal, vielleicht auch psychische Auswirkungen haben kann. Oder wie ist so deine Einschätzung als Psychologin? Absolut. Weil eine Emotion oder so Gefühle, die kommen ja nicht alleine, sondern das ist so der Unterschied auch zwischen Gefühl und Emotion. Eine Emotion umfasst drei Komponenten. Da haben wir immer Gefühle, sowas wie Freude oder Angst oder Ärger. Aber dieses Gefühl kommt auch mit einer Körperwahrnehmung daher. Das heißt, im Körper, egal ob ich mich jetzt freue oder ob ich mich ärgere, haben wir immer auch eine zum Beispiel Anspannung dabei. Und diese Anspannung, die ist da. Das bedeutet, unser Körper zum Beispiel schüttet Stresshormone aus, damit diese Anspannung da ist. Und wenn ich jetzt ständig meine Gefühle ignoriere, dann ist ständig diese Anspannung da und die geht nicht weg. Und irgendwann geht das Fass über. Irgendwann ist das Limit erreicht. Und das ist dann der Moment, wo das Glas übergeht, wo man explodiert unter Anführungszeichen. Und das ist dann oft der Moment, wo ich vielleicht Symptome entwickle. Symptome können dann sein, Essdrang, dass ich ständig Lust auf Süßes habe, ständig an Essen denke. Das kann aber genauso sein, dass ich Migräne entwickle oder Verdauungsbeschwerden oder so eine depressive Verstimmung entwickle, zu Alkohol greife. Also da gibt es dann ganz viele Varianten, wie sich das äußern kann oder wie sich das zeigen kann. Und das ist eben so wichtig, dass wir die Emotionen wahrnehmen und nicht ständig unterdrücken. Es ist immer so, als würden wir, als wäre da, als würde was brodeln und wir schütten immer wieder was drauf, weißt du? Aber das runterbrodelt weiter und irgendwann kommt das an die Oberfläche. Ja, das macht total Sinn. Ich habe jetzt gerade mal versucht, mich da reinzufühlen und direkt ist mir so der Gedanke in den Kopf geschossen. Ich bin nämlich tatsächlich auch so jemand, der, glaube ich, erst mal so ein bisschen runterdrückt. Ich arbeite auch gerade dran. Ich muss auch sagen, dass mein Mann mich da auch schön unterstützt, weil der kann mich ganz gut lesen. Aber es ist einfach aus meiner Erfahrung und vielleicht finden sich da super viele auch wieder, wenn man so einen komplett vollgepackten Alltag hat, dass man vergisst, über sich und seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Empfindungen auch richtig nachzudenken. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man es schaffen kann, wenn nicht genau in diesem Moment, wie man da vielleicht doch wieder so den Kontakt herstellt und einfach mal in die Reflexion geht? Es gibt ein Sprichwort. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wem es ist. Aber da geht es um Meditation und ich meditiere ja grundsätzlich sehr gerne. Ich mag das sehr gerne. Und da gibt es dieses Sprichwort, du sollst jeden Tag meditieren, eine Stunde. Jeden Tag eine Stunde meditieren. Außer, außer du hast Stress. Du hast so richtig viel zu tun. Dann zwei Stunden. Und jetzt unabhängig von dem Content, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass wir den Alltag ja so vollpacken. Und wenn wir Stress haben, dann streichen wir ja eigentlich genau die Dinge raus aus unserem Alter, die uns erstens helfen, die Stresshormone abzubauen und zweitens Energie zu tanken. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich merke, mein Alltag ist so vollgepackt mit Dingen, dann wäre eigentlich die gesunde, langfristige Strategie, dass ich sage, ich drücke da auf die Pause-Taste und packe da jetzt wirklich mehr Zeit für mich rein. Weil alles andere ist halt Symptombekämpfung. Weißt du, ich kann dann sagen, okay, was kann ich jetzt machen? Okay, ich mache jetzt ein paar Entspannungsübungen oder ich mache jetzt ein Workout, um irgendwie den Stress abzubauen. Aber wenn ich meinen Lebensstil nicht verändere, wird die Basis immer die gleiche sein. Das heißt, ich werde immer hustlen und werde immer dieser Me-Time oder dieser, ja, ich werde dem immer hinterherrennen und werde immer Symptombekämpfung betreiben. Also mehr Zeit für sich in den Alltag reinpacken, egal ob das jetzt Meditation ist oder irgendwas anderes. Aber ich brauche was, um Stress abzubauen. Ich brauche was, um Glückshormone zu tanken. Und ich brauche mehr von den Dingen, die mir gut tun. Ja, richtig schön. Ja, aber weißt du, das ist das, was wir halt nicht gerne wollen. Weil es gibt ja oft einen Grund, warum der Alltag so voll ist. Ja, zum Beispiel Leistungsdenken oder Perfektionismus oder das Bedürfnis nach Wertschätzung. Und dann schreie ich hier auch im Job, damit ich viele To-Dos habe, weil dann kriege ich Wertschätzung, ich höre dann, boah, ist das toll oder ich habe selber das Gefühl, ich bin toll. Und genau mit diesen Dingen müssen wir uns dann beschäftigen. Ja, warum mache ich das? Warum ist da immer ein Stress? Warum kann ich nicht Nein sagen? Und das bedeutet Arbeit. Das ist Arbeit für sich, mit sich. Ja, richtig gut. Das bedeutet also, in die Selbstreflexion zu gehen, zu hinterfragen und zu gucken, okay, wie bin ich überhaupt in dieser Situation gelandet? Und dann, wenn man ein bisschen gräbt, kommt man vielleicht irgendwann so an diese Kernglaubenssätze, wie zum Beispiel, ich muss etwas leisten, um genug zu sein. Wie gehst du da denn jetzt vor, sowas, ja, wie soll ich sagen, zu transformieren? Wie gehe ich da vor? Also, ich bin Psychologin und habe einfach verschiedene Tools bei der Hand, mit denen ich arbeite. Aber wenn man das jetzt so unterm Strich runterbrechen würde, dann arbeite ich mit ganz vielen emotionsfokussierten Tools. Das heißt, ich gehe in die Emotion rein, ich schaue mit Leuten, Imaginationen und so weiter, gehen wir an den Ursprung, wo kommt dieser Glaubenssatz her, warum ist er da? Und wir bearbeiten die Situationen, sodass sich dann auch die Glaubenssätze verändern können. Also, es geht viel um Konfrontation mit den Situationen, wo das herkommt, diese Dinge zu identifizieren und dann noch lernen, damit umzugehen. Also, sich die Frage zu stellen, dieser Glaubenssatz zum Beispiel, ich bin nur was wert, wenn ich immer 120 Prozent gebe, woher kommt das? Das können Aussagen in der Kindheit sein, die ich einfach so mitgehört habe. Das kann zum Beispiel eine Situation, so ein Klassiker zum Beispiel, ich bin ein kleines Kind und dann renne ich zu meiner Mama und sage, Mama, spielst du mit mir? Und meine Mama sagt dann, du, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss arbeiten. Dann kann es sein, wenn ich das öfters so erlebe, dass ich abspeiche, okay, die Arbeit ist wichtig, ein Mensch, der viel arbeitet, ist wichtiger, Arbeit ist wichtiger als ich, okay, gut. Und so etabliert man diese Dinge. Und ich glaube, das muss man einfach mal verstehen, woher kommt das, was verbinde ich damit? Und dann das Ganze aufzulösen. Ja, verschiedene Strategien, aber tatsächlich Konfrontation, reinspringen, damit beschäftigen und diese Glaubenssätze auch tatsächlich geistig, rational hinterfragen. Ja, ist das wirklich so? Woher habe ich das? Aber, und das ist halt meine Hauptarbeit auf einer emotionalen Ebene, also diese Emotionsarbeit, das ist halt so ein ganz großer Kern in meiner Arbeit, in meiner Tätigkeit. Ja, das macht total Sinn. Ich hatte vor ein paar Wochen ein richtig schönes Gespräch mit einem Neurowissenschaftler und der hat auch genau erklärt, dass Gefühle eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielen, wenn es auch darum geht, die Hirnstrukturen umzustrukturieren sozusagen, weil Emotionen das quasi verstärken. Also es macht total Sinn. Wie ist es jetzt, also, weil so Gewohnheiten, na, bleiben wir erstmal bei den Glaubenssätzen. Also die Glaubenssätze, die hat man jetzt quasi, ist an den Kern der Sache rangegangen und hat dann quasi erkannt, okay, daher kommt das, dass man mal auch so ein bisschen die Sache nachvollziehen kann. Ich glaube, hier ist es auch ganz wichtig, dass dieses Verständnis dafür auch da ist, dass man aus dieser Selbstkritik so rauskommt, ne? Ja. Das Verständnis einfach so ein bisschen dafür zu haben. Und dann ist jetzt die Frage, dann, zum Beispiel hat man ja den Glaubenssatz, wie du gerade schon gesagt hast, also, ich muss wohl viel arbeiten, um dann wichtig zu sein oder gut genug zu sein. Und dann überlegt man sich ja im Idealfall einen neuen Glaubenssatz. Oder wie geht es dann weiter? Also wie schafft man es dann langfristig, mehr oder weniger, da so einen Switch hinzukriegen? Ich glaube, ein ganz wesentlicher Schritt ist mal kennenzulernen, wie erkenne ich, dass dieser Gedanke präsent ist. Weil das sind ja so Automatismen oft, die einfach, das läuft auf einer Autobahn, ein Autopilot, und wir kriegen das gar nicht mit. Das heißt, was ich total mache, ist mal diesen Glaubenssatz, mal besser kennenzulernen. Zum Beispiel, in welchen Situationen taucht er auf? Wie merke ich, dass der da ist? Weil oft, ja, wie gesagt, ist das so ein unterbewusstes Ding und ich sitze bis elf an der Nacht und denke mal, ich muss das jetzt fertig machen. Aber dass da der Glaubenssatz aktiv ist, das merke ich gar nicht. Das heißt, ich schaue mir mit den Menschen, mit denen ich arbeite, einfach an, wann taucht der auf? Was sind so typische Gedanken auch, wenn der da ist? Wie fühlt sich das im Körper an, wenn der da ist? Das kann zum Beispiel so eine innere Unruhe sein. Das können so Gedanken sein, wie man, bevor das nicht fertig ist, darf ich nicht nach Hause gehen. Also dieses Erkennen und auch Benennen dann im nächsten Schritt, zu sagen, okay, dieser, eine Kundin von mir hat das den Turbo-Anteil genannt in sich. Also wir vergeben da noch manchmal so Namen. Das war dann der Turbo und dann dieses Benennen wäre, der Turbo ist jetzt aktiv. Der ist jetzt da. Der Turbo ist da. Okay. Und der nächste Schritt ist, hilft mir der gerade jetzt in der Situation? Also so ein bisschen in Frage stellen, weil das erlaubt mir einfach, aus diesem Autopilot auszusteigen. weißt du, da kreiert sich so ein Raum und mit diesem Raum kann ich dann plötzlich Entscheidungen treffen für mich. Und es kann sein, dass ich sage, ja, heute, das muss sein und ich mache das weiter, ich mache das fertig, weil morgen ist eine Präsentation und da muss das, also ich meine, da ist die Präsentation und die will ich machen und fertig. Es kann aber auch sein, dass die Präsentation nicht morgen ist, sondern in drei Wochen und dann könnte ich mir denken, okay, ich merke, dass dieser Turbo da ist, gleichzeitig gibt es aber das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung, weil ich echt fertig bin, ich bin fertig. Und jetzt entscheide ich mich dafür, ja, jetzt zu stoppen, weil ich weiß, um elf Uhr in der Nacht passiert jetzt nicht mehr viel Produktives und morgen in der Früh um neun setze ich mich wieder dran. Also, ja, ich hoffe, es ist so ein bisschen greifbar, aber so dieses Erkennen, das Benennen, das Hinterfragen und auch schauen, wie möchte ich jetzt damit umgehen. Und so wie du sagst, manchmal gibt es vielleicht auch so Affirmationen oder so Glaubenssätze, die in dem Prozess unterstützen, sowas wie, ich darf mir eine Pause gönnen oder es ist völlig okay, mich jetzt zu erholen. Ja, das ist richtig, richtig schön. Ich habe mir das gerade im Kopf so vorgestellt, als du das erklärt hast, dass das so im Prinzip am Anfang so eine komplett komplexe Geschichte ist, die so rumschwirrt, aber mithilfe von dir, dass es einfach immer konkreter wird und man einfach immer verständlicher vereint und irgendwann sieht man quasi den Turbo vor sich. Ja, ja, ja. Vor dem inneren Auge und wenn man sich dessen einfach irgendwann wirklich bewusst ist, man hat sich damit auseinandergesetzt auf verschiedenen Ebenen und es ist einfach nicht mehr komplex, sondern greifbar, dann kann man auch eher darauf achten, glaube ich. Dann fällt es einem vielleicht eher mal auf, weil es einfach eine greifbare Sache geworden ist, so ein bisschen. Zumindest ein bisschen. Ja. Und das ist, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist so ein wesentlicher Punkt, weil wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, Fabienne, wie war dein letzter Urlaub, dann wirst du keine Punkteliste vor dir, also so abrattern, sondern du wirst Bilder im Kopf haben. Du wirst ein Bild von, was weiß ich, von den Bergen oder Strand oder Essen oder wie du mit deinem Mann da entlang schlenderst oder Freunden, du wirst so Bilder haben. Das heißt, wir funktionieren in Bildern. Das heißt, wenn wir Glaubenssätze verändern wollen, dann sind so Bilder auch hilfreich und wenn ich da so ein Bild davon habe, wo kommt es her oder wie schaut das aus, diese Turbo zum Beispiel oder er kriegt einen Namen von mir, dann ist es greifbar und nimm mal so dieses undefinierte Etwas. Ja, genau. Richtig schön. Ich habe heute Morgen auch deine Insta-Story gesehen und ich glaube, das passt ganz gut vom Thema her jetzt hier auch rein. Meine Frage, was glaubst du spielt Selbstkontrolle und Disziplin hier für eine Rolle? Ich bin kein Freund von dem Begriff Disziplin und ich glaube, das muss ich so ein bisschen erklären. Also grundsätzlich per Definition und ich bin Wissenschaftlerin, deshalb rede ich gern von Definitionen und per Definition bedeutet Disziplin, dass ich Gefühle, Neigungen oder Wahrnehmungen bewusst ignoriere oder kontrolliere mit Hilfe von Selbstkontrolle, um meine Ziele zu erreichen. Und wenn wir jetzt Emotionen hernehmen und das Wort Disziplin, dann wird schnell klar, wir können unsere Emotionen nicht kontrollieren. Und jetzt werden manche denken, natürlich kann man das kontrollieren, weil ich kann ja kontrollieren, ob ich jetzt in einem Raum voller Menschen einen Wutausbruch kriege oder nicht. Jein. Ja, natürlich kann ich das in gewissen Kontexten, aber ich kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, Fabienne, entlieb dich jetzt von deinem Mann oder verlieb dich in den anderen. Oder du hast einen Verlust erlebt und ich sage so, ab jetzt sei nicht mehr traurig. Das funktioniert nicht. Das können wir nicht beeinflussen. Und deshalb können wir, egal wie viel Disziplin ich aufbringe, diese Grundemotionen oder Gefühle, die da sind, kann ich nicht beeinflussen. Das funktioniert situativ. Das heißt, ich kann mir in Situation XY kann ich sagen, boah, ich bin jetzt diszipliniert und ich esse diesen Kuchen nicht. Aber wenn dieser Kuchen jetzt steht, das ist mein einziger Moment, wo ich entspannen kann, wo das ganze Chaos in meinem Leben stillsteht und das ist mein einziger Moment, wo ich einfach nur sein kann, ohne nachzudenken, ohne Angst zu haben, dann ist das so ein intensives Gefühl, da kann ich nicht auf Dauer sagen, ja, mit Disziplin kannst du den Kuchen nicht essen. Das funktioniert nicht. Und deshalb bin ich kein Fan zu sagen, wenn du dein Essverhalten, wie jetzt zum Beispiel Essdrang oder emotionales Essen verändern möchtest, dann reiß dich nur ein bisschen zusammen und du brauchst nur Disziplin und dann geht das. Weil Emotionen ihre Gründe haben und Auslöser. Und damit ich die langfristig in den Griff bekomme oder gut behandeln kann, muss ich da hinschauen und nicht alles wegschieben und kontrollieren. Ja, das macht voll Sinn. Fand ich richtig schön. Habe ich heute Morgen in deiner Story so ein bisschen gesehen, habe gedacht, das will ich mit reinnehmen in den Podcast, weil ich es ein ganz wichtiges Thema finde. Ja, ich auch, ja. Jetzt haben wir ja so ein bisschen, sind wir ja schon so tiefer rein in das Thema emotionale Essen. Jetzt würde ich ganz gerne mal wissen, weil du ja auch einfach in dem Bereich tätig bist, was sind denn einfach oberflächlich jetzt erstmal die Themen, mit denen die Menschen zu dir kommen, bis ihr dann quasi so im Untergrund rumstöbert und das genauer betrachtet? Die Themen, ich würde es in drei Hauptkategorien, wenn es drei sind, ja. Also das eine ist, ich überesse mich ständig und ich habe Essdrang. Ich habe so diese Binge-Anfälle, nennen wir das, also jetzt nicht Binge-Eating-Disorders, sondern wirklich diese Essanfälle. Entweder sie haben das und das führt zu einem massiven Leidensdruck, weil Kontrollverlust, weil Hilflosigkeit, ich kann es nicht steuern und das führt ja auch dazu, dass ich zunehme. Das ist in unserer Gesellschaft ja auch was ganz, ganz Schlimmes, wenn man zunimmt. Das heißt, das ist ein Thema. Das nächste Thema ist, dass die Leute sagen, ich denke ständig an Essen, rund um die Uhr. Ich plane in der Früh schon, wann gibt es Frühstück, dann plane ich das Mittagessen, dann esse ich noch einen Snack, dann muss ich das ganze Essen neu planen, weil das passt jetzt nicht mehr in die Kalorienbilanz ein. und das belastet mich einfach und ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, weil meine Gedanken drehen sich einfach um Essen und eigentlich gibt es so viele andere schöne Themen, mit denen man sich beschäftigen kann oder im Leben. Das ist so die zweite Gruppe und die dritte Gruppe ist die, die sagen, seit 10, 20, 30, 40 Jahren mache ich eine Diät nach der anderen, eine Diät nach der anderen. Ich habe alles durch und mein Gewicht geht rauf und runter, rauf und runter und ich habe jetzt, was weiß ich, gefühlt 100 Kilo mehr als vor meiner ersten Diät und ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr ständig an Diäten denken, was ich essen darf, was nicht, warum das Gewicht nicht runter geht, so ständige Wiegen. Genau, also das sind so diese drei Themen, weshalb Menschen kommen. Übrigens, wenn du auch unter ständigen Heißhungerattacken oder eben kreisenden Essensgedanken leidest und du sie natürlich endlich loswerden willst und zwar nachhaltig, dann sind die Anti-Heißhunger-Audios für dich genau das Richtige. Geh dafür einfach auf www.intomind.de schrägstrich Heißhunger Heißhunger mit Doppel S und dank unserer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie hast du auch nur Risiko. Einfach testen und den Heißhunger endlich loswerden. Ja, total nachvollziehbar. Kann man sich direkt reinfühlen, finde ich. Ich würde ganz gerne mal in das Thema Essensdrang kurz eintauchen. Also diese Ess-Anfälle. Kannst du so ganz grob schildern, was so Gründe sein können, dass wir in diese Ess-Anfälle reinrutschen? Wenn wir, wenn wir, ja, das ist eine gute Frage, weil hier gibt es auch verschiedene Gründe, warum ich so einen Essdrang habe. Der eine Grund ist, ich würde es jetzt wieder in drei Kategorien einteilen, der eine Grund ist kein Essdrang per se, sondern Heißhunger. Und mit Heißhunger meinen wir, dass wir zu wenig essen. Also, dass wir den ganzen Tag Essen streichen, weil ich will abnehmen. Oder ich komme einfach nicht dazu, weil ich von einem Meeting zum nächsten laufe. Oder ich bin im Außendienst und ja, ergibt sich nicht. Also das Nichts-Essen oder zu wenig Essen oder zu wenig von manchen Nährstoffen essen, das kann zu Heißhunger führen. Und Heißhunger fühlt sich oft so an wie Essdrang oder wie ein Ess-Anfall dann. Also das ist Punkt eins und den kriegt man relativ schnell in den Griff, indem ich einfach esse. Ja, normal. Dann ist es sofort weg. Und dann gibt es zwei wesentliche Gründe. Der eine Grund für Essdrang ist hier, das ist so dieser Diättyp, dass die Menschen, die versuchen abzunehmen und dann Kalorien zählen und Energie wegstreichen, Fett wegstreichen, sich denken, das darf ich nicht essen. Also dieses ständige Beschäftigung mit Essen und Kalorien und Fett und Abnehmen und Essensplanen, das aktiviert Essdrang. Weil, das hat auch verschiedene Gründe, aber unser Gehirn denkt gerne in schwarz-weiß und das hörst du vielleicht auch öfters, dieses, ich kann entweder gar nichts essen oder ich überesse mich. Ja, weil wir so eine, so eine, wir haben eine Vorgabe im Kopf, zum Beispiel, ich darf nur dreimal essen und wenn ich dann viermal esse, ja, dann ist das eh schon erledigt, diese dreimal, ja, habe ich schon Misserfolg und dann überesse ich mich, weil jetzt ist es eh schon wurscht. Also, dass dieses, seine eigenen Regeln brechen, ich darf keine Süßigkeiten essen, dann erlaube ich mir eine einzige Ausnahme und dann ist es eh schon wurscht, weil jetzt habe ich ja eh schon, ist egal. Also so die Diäten und die Zügelung, die Restriktion, das ist ein wesentlicher Grund für Essdrang. Und der zweite wesentliche Grund sind, ja, ständiges Ignorieren von eigenen Bedürfnissen oder Emotionen, also ständig über seine Grenzen gehen, nicht auf sich achten, sich nicht um seine Emotionen kümmern, das ist dann der zweite Hauptgrund dafür. Okay, das bedeutet, wenn wir uns jetzt mal quasi so die Gründe dafür anschauen oder Hauptgründe, könnte man ja daraus ableiten, drei erste Schritte, die man quasi so durchgehen kann, um quasi dem Essensdrang auf die Spur zu kommen, ist Punkt eins, sich anzuschauen, wie sind meine Mahlzeiten aufgebaut, gebe ich meinem Körper wirklich ausreichend von allem, was er braucht oder verbiete ich ihm jetzt, keine Ahnung, komplett Kalorien oder sowas, dass er sich das halt einfach holen muss. Das ist so quasi diese körperliche Ebene und dann vielleicht auch diese emotionale Ebene anzuschauen, stecken Emotionen dahinter, wie fühle ich mich gerade oder wie habe ich mich da jetzt gerade gefühlt, was gab es für Situationen vorher, vielleicht schon auch am Tag vorher, einfach mal da ein bisschen reinzugehen, was wären noch so ein, zwei weitere Punkte, wo man sagen könnte, die kann man vielleicht auch noch sich anschauen, um dem quasi auf die Spur zu gehen. Du meinst jetzt bei Emotionen oder generell? Beim Essenstrang. Allgemein. Man könnte sich, genau, allgemein, naja, zum Beispiel, zum Beispiel diese ständige Noise im Kopf, also wenn ich mich selber, wenn ich mich selber ständig kritisiere, also jetzt hast du das nicht und das hast du nicht gescheit gemacht oder schau dich an, du hast es nicht verdient, du hast es schlecht gemacht, also dieses ständige Nörgeln an sich und Schimpfen und Runtermachen von sich selbst, aber auch vom eigenen Körper, dieses du bist zu dieses, du bist zu jenes, also dieses Hinterfragen, Selbstzweifel, dann generell viel sich in Frage stellen, Gedanken kreisen, People Pleasing, also solche Dinge sind Klassiker, Klassiker, wenn es um Ess drangeht. Ich habe ja auch schon in der Einleitung so ein bisschen angeteasert, dass du ja auch mit deiner wertvollen Arbeit Menschen dabei hilfst, dass sie endlich wieder eine positive Beziehung zu sich selbst, im Körper und dem Essen herstellen können. Und jetzt ist meine Frage, wie hängt das denn miteinander zusammen, wie hängt jetzt unser Körperbild, also die Gedanken, die wir über uns, über unseren Körper denken, mit Essen zusammen? Ich glaube, die Antwort ist ganz simpel, uns wird ständig suggeriert oder sehr oft suggeriert, dass das Körpergewicht oder wie der Körper ausschaut, und das klingt jetzt ein bisschen paradox, in unserer eigenen Verantwortung liegt. Das heißt, wenn ich schlank bin, ist es meine Leistung und wenn ich jetzt dick bin oder hochgewichtig bin, dann ist es auch meine Leistung. Das heißt, ich bin selbst schuld. Und dem zugrunde liegt so dieser weitverbreitete Glaubenssatz, wenn du nur richtig isst, dann wirst du schlank. Und diese Kombination, die wird halt überall verbreitet. Du musst nur das richtige Workout machen, du musst nur richtig essen und dann nimmst du ab. Und wenn du nicht abnimmst, dann hast du halt was falsch gemacht, weil es liegt dann halt an dir. Und ich glaube, deshalb ist Ernährung und Essen einfach so der direkte Hebel. Auf der einen Seite, weil Essen sehr schnell Trost bietet. Also da tröste ich mich halt, wenn ich mich schlecht fühle oder wenn ich mich schier fühle oder so. Aber auf der anderen Seite auch als Hebel um den Körper, um das Körpergewicht zu manipulieren, um abzunehmen und so weiter. Aber so einfach ist es halt nicht in der Praxis, weil einfach ganz viele Faktoren das Körpergewicht beeinflussen. Und je mehr ich mein Essverhalten manipuliere, desto mehr verändert sich der Körper. Und dann ist es halt so ein Kreislauf. Also damit das wirklich funktioniert, brauche ich wirklich etwas, was zu mir passt, was zu meinem Leben passt und Kontinuität in dem Ganzen. Ja, das macht total Sinn. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, so die Gedanken, die wir über uns selber haben, so diese Selbstkritik oder auch ich schaffe das eh nicht und guckt mich an, ich bin eh zu dick. Ich werde es nie schaffen. Du hast vorhin nämlich schon so ein Stichwort gebracht, Leistungsgesellschaft. Glaubst du, dass das auch so einen Einfluss darauf hat, wie wir über uns denken, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft nun mal gerade leben müssen? Absolut. Absolut. Ja. Ja. Absolut. Ich denke das schon. Und das Zweite ist auch ein Wort, was sehr groß ist und was wir jetzt wahrscheinlich nicht im Näher erörtern können, aber das Frauenbild und wie Frauen gesehen werden, also Stichwort Feminismus, ist schon ein sehr großes Thema, weil wenn du dir anschaust, wie werden Frauenkörper dargestellt, dann, ja, und wie hat Frau zu sein und wenn du so in die Zeitschriften reinschaust oder in Filmen, dann geht es immer darum, dass eine Frau begehrenswert sein muss, dass sie sexy sein muss, dass sie sich präsentiert, dass sie so ein bisschen ein Schmuckstück ist und wie muss ein Schmuckstück sein? Naja, die hat einen Sixpack oder ist durchtrainiert, ist schlank, ist gestylt, schaut gut aus und das repliziert sich halt. Egal, ob das Disney-Figuren sind, wo die Prinzessinnen, die schlanken, schönen sind und die Bösewichte sind, die dicken Schirren. Filme, genau das Gleiche, die dicke beste Freundin und die Supermodel, die schlanke, die den Quarterback abbekommt. Also es ist ein Bild, das sich von klein auf einfach durchzieht und wo wir Frauen einfach auch lernen, dass unsere Optik, dass da Ansprüche gestellt werden an unsere Optik. Ob das Styling ist, ob das Rasur ist, ob das ein Körpergewicht ist, ob das Schönheitsarbeit ist das einfach. Und das ist ganz eng mit Leistung verknüpft natürlich. Wir sind direkt so, ja, weil du hast recht, direkt auch in der Kindheit wird man ja quasi mit diesem Bild groß, mit diesen Vorgaben. Mir ist direkt in den Kopf gekommen, eine Werbung, die ich das erste Mal gesehen habe vor, also ich glaube schon, mindestens 15 Jahre. Oder, also ich würde jetzt mal so schätzen, vielleicht sagt es dir auch was, ist die Darf-Werbung. Das war, weißt du, was ich meine? War das eine Bodylotion, glaube ich, wo sie ganz viele verschiedene Frauen zusammengebracht haben und diese Werbung eingeschlagen ist wie eine Bombe, weil man dadurch gesehen hat, ey, es gibt nicht diesen einen 90, 60, 90 unrealistisch einen Frauentyp, sondern es gibt unzählige Frauentypen und alle sind gut und alle sind schön. Es ist schade, dass es sowas nicht öfters gibt, oder? Wie ist so deine Wahrnehmung? Wie das sich, also glaubst du, wir sind gerade in einem Wandel oder zumindest an einem Anfang oder eher gar nicht? Ja, ich glaube, Darf war damals, die sind halt wirklich Pioniere auf dem Gebiet. Die haben unabhängig von irgendwelchen Trends angefangen damit. Das ist ja schon wirklich Ewigkeiten her, dass die ihre erste Kampagne hatten. Also das war wirklich toll. Nee, du hast schon recht. Also es ist schon, es ist, es passiert ein Wandel. Ja, es geschieht etwas, es geschieht im Gesundheitssystem etwas, es geschieht in den Medien etwas. Es gibt immer mehr Stimmen, immer mehr Kampagnen, immer mehr Awareness in die Richtung. Das heißt, es ist super. Und gleichzeitig ist das, was passiert, halt so wenig. und noch immer nicht genug, weil das, was halt wir tagtäglich sehen, ist noch immer dieses 0815 Mainstream-Zeugs. Und ich in meiner Bubble sehe halt jeden Tag was anderes. Und dann denke ich mir manchmal, wow, wir sind schon so weit. Aber nein, sind wir nicht, weil wenn du dann den nächsten Film anschaust, hast du den gleichen Stereotypen und so weiter, das Gleiche, was da ist. Aber auf jeden Fall tut sich etwas. Aber wir sind halt noch lang nicht am Ende. Und man sieht jetzt zum Beispiel, gibt es eine neue Kampagne, die draußen ist, von einer Unterwäsche-Firma. Die haben jetzt, gerade in Österreich auch, haben sie überall Plakate mit verschiedenen Körperformen und sehr inklusiv auch mit Behinderungen und so weiter. Und da zeigen sie hochgewichtige Frauen in Unterwäsche und dann steht da sorry but sexy oder irgendwie sowas drauf. Und das ist super, weil du fährst vorbei und denkst dir bei dem Plakat, geil, schau mal, das sind jetzt Frauen, die sind sexy, aber die sind nicht schlank, sondern die haben alle unterschiedliche Gewichte. Und die Wahrheit ist aber, wenn du dann reinschaust in einen Online-Store, gibt es die Kleidergröße nicht in großen Größen. Also, du kannst sie nicht kaufen, das ist einfach so ein Plakat. Ja, aber es ist nicht angedacht, dass sie tatsächlich diese Größen verkaufen an hochgewichtige Menschen, wo ich mir dann wieder denke, okay, irgendwas haben wir da jetzt falsch verstanden, ja, oder so. Und da sieht man halt, wir sind halt noch nicht so weit, dass es im Mindset ist, es ist viel ein Trendthema, was eingesetzt wird, aber wir sind auf einem Weg. Und ich denke, weil du auch vorher gesagt hast, weil wir in der Gesellschaft leben müssen, ja, wir müssen in dieser Gesellschaft leben, aber das heißt nicht, dass ich nicht mich, mein Umfeld, mein Mindset und die Menschen, mit denen ich verkehre, mir aussuchen kann. Und es gibt ganz tolle Literatur, es gibt ganz tolle Instagram-Kanäle, es gibt Freundeskreise, wo es nur um Gewicht geht und Abnehmen, es gibt aber auch Freundeskreise, da ist das nicht so. Und ich kann gestalten, in welcher Umgebung ich leben will. Und so kann man auch Veränderungen starten oder antreiben. Ja, ich finde es richtig toll. Also es wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was man vielleicht auch tun kann, weil mir ist auch selbst gerade so einfach bewusst geworden, was für einen Zeitsprung zwischen dieser Darf-Werbung, wo ich einfach noch super, super klein war, gesehen habe, was sich mittlerweile alles getan hat. Damals gab es noch keine Smartphones. Heute ist jeder jeden Tag auf Instagram unterwegs. Und wie du schon sagst, ist mir direkt die Idee gekommen, dass man einfach mal sich seinen Account anschaut, welchen Profilen folge ich denn? Was geben die mir für ein Gefühl? Geben die mir von Gefühl, ich vergleiche mich im Sinne von, ich werde es nie erreichen, ich bin nicht gut genug. Also was für Gefühle lösen die in mir aus? Oder geben die mir ein richtig gutes Gefühl? Inspirieren die mich? Motivieren die mich? Und ja, geben mir einfach ein positives Gefühl und vielleicht demnach auch einfach mal aussortieren, oder? Absolut, absolut. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den man machen kann, dass man hier wirklich für sich schaut, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Absolut, ja. Weil das ist auch das, weil viele sagen ja zum Beispiel auch, aber ich gefällt mir ja besser, wenn ich schlanker bin. Und da muss man halt sagen, ist das wirklich so? Weil wir wissen, dass das, was wir sehen, beeinflusst, was uns gefällt. Also gefällt es dir wirklich besser oder gefällt es dir nur besser, weil du dein ganzes Leben lang darauf trainiert bist, dass dir das gefällt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich glaube, um das herauszufinden, muss man so seine Perspektive einfach ändern und neue Dinge zulassen. Und wenn ich dann plötzlich Filme sehe, wo Frauen Superheldinnen sind und Führungskräfte und Unternehmen leiten oder Präsidentin werden und schwarze Menschen Präsidenten werden und dann dickere Menschen die Hauptrolle haben und den tollen Typen oder tolle Typin da abkriegen und was weiß ich, dann merke ich, okay, es gibt noch was anderes, außer das, was ich bis jetzt immer gesehen habe. und das ist auch cool und das kann helfen, seine Perspektive zu erweitern und mehr zu sehen als nur zum Spielgewicht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und ich finde auch, ich finde auch, ich meine natürlich, kann man es nachvollziehen, wenn jetzt jemand, der übergewichtig ist, sagt, er wünscht sich ein paar Kilos weniger. Aber das ist ja eher so ein, also ist ein Ziel, aber ich würde es eher als oberflächliches Ziel bezeichnen und eher zu gucken, okay, was glaubst du resultiert daraus? Also was ist dein tiefer liegendes Ziel? Was glaubst du, wie wirst du dich dann fühlen? Wie wirst du dich dann selbst sehen? Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, dass wir mit Körpergewicht halt ganz viel verbinden. Also, weißt du, wir verbinden, man muss sich nur anschauen, ja, wenn man jetzt da, es gibt da so, ich will jetzt keine Namen nennen, ja, aber es gibt da so Fitness-Influencer zum Beispiel, wenn man den Account aufmacht, dann sieht man auf dem Foto sexy Frauen, geile Kleidung, Fotos auf einer Yacht, im weißen Kleid am Strand spazierend, die Haare wehen und da denkt man sich dann nicht, okay, würde ich wirklich, jetzt in einem weißen Kleid da im Strand, im Wasser spazieren, würde kein Mensch machen, aber das, was das Bild signalisiert, ist einfach ein bestimmter Lifestyle, ein bestimmtes Gefühl, wie fühle ich mich? Es vermittelt Erfolg und Beliebtheit und Wertschätzung und Luxus und das ist das, was wir wollen, weil wir verbinden ja mit einem bestimmten Körper bestimmte Attribute, wie beliebt und intelligent, erfolgreich, diszipliniert und das will ich ja eigentlich haben. Ja. Was ist denn so, oder beziehungsweise kannst du uns vielleicht jetzt nochmal drei Tipps mitgeben, wie wir es vielleicht schaffen können, so unser eigenes Körperbild ein bisschen positiver zu gestalten. Was wären so die Anfangsschritte, die wir jetzt gehen können, um das aktiv jetzt mal anzugehen? Schritt eins wäre, dass ich sagen würde, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber glaub nicht, was du siehst, das würde ich jetzt so, glaub nicht, was du siehst, weil ich davon ausgehe, dass circa 80 Prozent der Frauen ein verzerrtes Körperbild haben. Das heißt, wenn ich mich in den Spiegel schaue, dann sehe ich nicht das, was mein Partner, meine Partnerin, meine Freunde, meine Eltern sehen, sondern ich sehe einfach ein komplett verzerrtes Bild von dem. Ich sehe Dinge, die nicht da sind und die sind dann riesengroß, wie so dieser rosa Elefant im Raum. Also vertraue dem nicht, weil du siehst nicht so aus, wie du glaubst, dass du aussiehst. Also das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, fokussiere dich, also wenn du jetzt im Badezimmer stehst, überlege mal, auf was fokussierst du dich, wenn du dich überhaupt anschaust und du wirst dich wahrscheinlich auf die Dinge fokussieren, die du ganz furchtbar findest und die schaust du an und dann kannst du es nicht mehr ertragen und schaust weg. Also wenn du bereit bist, dann fokussiere doch auch deinen Blick auf Stellen, auf Körperbereiche, wo du sagst, die sind neutral, oder wo du sogar sagen würdest, die sind cool, die sind toll. Manche haben das nicht, dass sie sagen, ich habe tolle Körperbereiche, das ist völlig okay, dann die neutralen, aber schau die an und versuch die zu finden und ganz bewusst auch anzuschauen. Und ja, das ist der dritte Punkt, dass ich sage, beginn so mit dir zu reden, wie wie du mit einer engen Freundin oder mit deinem mit deinem Beziehungspartner, Partnerin reden würdest. Und diese beste Freundin da setzt auf deine Schulter und versuch, die Dialoge, die du hast, so zu verändern, so als würdest du es zu wem anderen sagen. Ja. Das kann man trainieren. Ja, das sind richtig schöne Tipps. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil es mich erinnert hat an eine Situation, boah, die ist jetzt auch, ich glaube, sechs oder sieben Jahre her. Da war ich mit drei Freundinnen im Theater und als wir dann wieder zum Auto gelaufen sind, am Main entlang, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber es hat plötzlich angefangen, dass wir uns gegenseitig gesagt haben, was wir an der anderen schön finden, alle vier. Und dann sind Sachen rausgekommen, also wo wir alle über uns selbst nicht auf dem Schirm hatten und wir alle heute noch sagen, das war so der Anfang, dass man einfach mal wirklich Dinge wahrgenommen hat, die einem selbst nicht aufgefallen sind an allen. Also wenn man ja vielleicht irgendwie eine Herzensperson hat, eine gute Freundin, einen Partner, die Mama oder so, dann kann man das Spiel ja vielleicht mal mit dieser Person spielen, wenn man noch nicht bereit ist, selbst im Spiegel Dinge an sich zu entdecken und das einfach mal anzunehmen und dann sich einfach mal darauf einzulassen, mal gucken, was da vom Gegenüber so kommt. Also ich war teilweise, mir wurde irgendwie gesagt, meine Hüfte, also so dieser Italienbereich würde den Mädels so gut gefallen, wo ich gedacht habe, sowas habe ich noch nie nachgedacht, aber cool, dass sowas irgendwie kommt. Oder bei Nina habe ich gesagt, ich liebe ihre Zähne und ihre Lippen, sie hat einfach so einen schönen Mund, also einfach mal drauf einlassen, ja. Richtig schön. Cornelia, also mit Blick auf die Uhr muss ich leider sagen, wir sind fast am Ende angekommen. Ich könnte wirklich noch so weiter mit dir sprechen, das ist so inspirierend und so mutmachend, aber ich möchte dir zum Schluss noch die Frage stellen, das mache ich ganz gern bei meinen Gästen, hast du noch ein Herzensthema oder eine Herzensbotschaft, die du mit rausgeben magst? Ganz, ganz viele grundsätzlich, aber weißt du, ich wünsche mir einfach in einer Welt, in der Frauen sich auf das Leben fokussieren, das sie gerne haben wollen, auf das Leben, ja, und ich glaube, wenn da auch nur jetzt zehn Prozent, die dazuhören an Frauen oder Männern, da rausgehen und sich darauf fokussieren, nämlich was möchte ich und was macht mir Spaß und ihr Leben leben, dann wäre das so schön, weil die zehn Prozent werden das dann anderen zehn Prozent weitergeben und die werden es weitergeben und weitergeben und weitergeben und irgendwann haben wir dann eine Welt, wo ein Mädchen irgendwie oder ein Junge aufwachsen und sich eher damit beschäftigen, was sie wollen, wer sie sind, was sie wollen und nicht, wie sie zu sein haben oder auszusehen haben und das würde ich mir wünschen. Ja, richtig schön. Ich unterstütze deinen Wunsch mit ganzem Herzen. Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte auch zum Schluss noch sagen, auch einen ganz, ganz großen Tipp an unsere HörerInnen da draußen, einfach mal bei dir auf Instagram zu gucken, weil du auch richtig schöne Retreats anbietest. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also, mit so viel Liebe gestaltet. Ich will hier gerade mal gucken. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen und du kannst auch gerne nochmal hinzufügen, dass zum Beispiel ein Retreat, wo noch ein paar wenige Plätze frei sind, schon nächstes Jahr im November sind. 10. bis 15. November ist eins. Habe ich das richtig gesehen? Boah, du bist aber informiert. Den Termin habe ich nämlich heute erst rausgeschrieben, den neuen. Das heißt, embrace your body, kann das sein? Genau, das ist embrace. Genau, das ist, da beschäftigen wir uns mit Körperbild und Body Image. Genau. Ja, das ist im November. Wir haben immer limitierte Plätze. Das heißt, das ist kein, kein großes Retreat, sondern das sind, also groß meine ich mit einem Haufen Leute, sondern es ist eine sehr intensive Arbeit und deshalb betreuen wir die Gruppe sehr intensiv und deshalb ist es immer eine kleine, exklusive Gruppe und da freuen wir uns richtig, richtig, schon auf nächstes Jahr. Dann findet im Juli findet eins statt, wo es um Emotionen und Esstrang geht. Da werden wir uns auch mit der Arbeit mit dem inneren Kind beschäftigen, mit Emotionsarbeit und im September gibt es eins zur Bewegung mit einer Kollegin von mir, um wieder Freude an Bewegung zu entdecken. Genau, ja, aber schaut es vorbei auf Instagram. Ich glaube, du wirst es eh von verlinken, oder? Cornelia-Fichtel mit IE und TL hinten und da findest du dann alle Infos. Richtig schön, Cornelia. Von Herzen vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Du hast uns richtig toll mit an die Hand genommen. Wir haben so viel über das Thema emotionales Essen, Essensdrang, Körperbild gelernt, Tipps mit an die Hand bekommen. Also ich bin mir sicher, wir können da richtig, richtig viel für uns mitnehmen. Also vielen Dank für deine Zeit und dass du so eine tolle Arbeit machst. Ja, danke schön, danke. Aber zum Thema Emotionen, vielleicht weil es gerade noch passt, ich habe das Buch Food Feelings, also passt ja zu Emotionen. Food Feelings heißt das Buch und da kann man auf jeden Fall das Ganze nochmal vertiefen und reinlesen und mehr erfahren. Und ich sage danke zu dir, dass dieses Thema in eurem Podcast, in deinem Podcast Platz bekommen hat und dass wir uns da so toll unterhalten haben. Es war wirklich ein schönes Gespräch. Vielen Dank, Fabian. Sehr gerne und dein Buch verlinke ich natürlich auch unten in die Show. Dankeschön. Sehr gut, dass du es nochmal gesagt hast. Vielen Dank an euch da draußen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, wie ihr uns zugehört habt und wir wünschen euch natürlich von Herzen eine richtig, richtig tolle Woche und das wünsche ich dir natürlich auch, liebe Cornelia. Von Herzen vielen Dank. Ich sage danke. 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 Danke.